Musik Ja, grundlegend. In den Jahren davor, die fünf Jahre von 2006 bis 2011, also mit meinem Amtsantritt 2006, gab es keine klaren Mehrheiten Schwarz-Gelb oder Rot-Grün. Es gab Mehrheiten, die wechselten. Das hat dazu geführt, dass wir alle noch mehr an der Sache arbeiten mussten. Man konnte nicht einfach sagen, weil ich in dem einen Lager bin, lehne ich das andere ab oder umgekehrt. Sondern man musste schon sich immer wieder an den Sachfragen abarbeiten. Man musste Lösungen suchen, um Mehrheiten zu organisieren. Das war anstrengend, das war arbeitsintensiv, aber sehr produktiv und sehr konstruktiv. Das hat Spaß gemacht. Und jetzt haben wir die Situation, die man üblicherweise hat. Nämlich, dass eine Fraktion mit einer weiteren Fraktion eine Mehrheit stellt. Eine stabile Mehrheit, mit der sie Mehrheitspolitik betreiben kann. Und bei der dann eben andere Fraktionen in der Opposition sind. Und ich dann eben als Oberbürgermeister daneben oder davor oder da drin, wie immer sie das bewerten. Weil wir uns alle jetzt an die neue Situation erst wieder gewöhnen müssen. Aber es läuft relativ geräuschlos, wie ich finde. Und viele Projekte bleiben ja im Konsens. Also da sind sich alle Fraktionen einig. Bei anderen wird das nicht so sein. Das gehört zum Geschäft dazu. Aber da wird man dann auch immer, glaube ich, sachorientierte Lösungen finden. Das gehört zum Geschäft dazu. Vielen Dank.